Wie bewertest du das hinsichtlich der Menschen, die nach Deutschland gekommen sind, also sprich die sogenannten Ankommenden, wie es jetzt so schön heißt? Die haben natürlich einen Vorteil gegen uns, die haben solche Szenarien gewohnt. Die wissen, wie sie sich dann Sachen besorgen, um es mal nett auszudrücken. Ja, ich habe noch was zu vermelden. Mein neues Buch ist raus, Endlich mit Aktien Geld verdienen. Da haben Sie 40 Jahre Börsenerfahrung, 25 Jahre Kapitalmarktinformation, 15 Jahre Fondsmanagement. All diese Erfahrungen sind drin und vor allem erläutere ich die Königsanalyse, meine Methode, Top-Aktien auszuwählen. Denn bei Aktien kommt es genauso wie bei Immobilien nicht nur auf den Preis an, sondern auf die Qualität. Die Qualität ist erstmal viel wichtiger, erst dann schauen wir uns den Preis an. In diesem Buch gibt es viele Beispiele. Ich hoffe, es liest sich spannend und flüssig und es ist auf Anhieb auf Platz 18 der Spiegel-Bestsellerliste gelandet. Eine schöne Bestätigung. Liebe Zuschauer, einen schönen guten Tag und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video-Interview. Mein heutiger Gast ist Experte für alles, was mit Energie zu tun hat, für Stromausfälle, für die Blackout-Gefahr. Er betreibt die Seite Outdoor-Chiemgau und ich begrüße ganz, ganz herzlich Stefan Spiegelsberger. Ja, hallo. Und ich betreibe nicht die Seite, sondern den YouTube-Kanal Outdoor-Chiemgau. Aber du hast auch eine Internetseite, ne? Ja, aber das ist ja nur nebenbei. Das ist nur nebenbei. Ich bin eigentlich ganz normal YouTuber und die Seite ist nur für Zusatzinformationen oder Downloads. Okay. Gut, haben wir das auch geklärt. Ja, dein Kanal ist auch sehr erfolgreich. Ich schaue auch oft deine Videos. Nicht alle, aber sehr, sehr viele von dir. Brav. Ich freue mich, dass du jetzt heute bei mir in der Sendung bist. Ich freue mich auch, hier zu sein. Letztes Jahr um diese Zeit war das Thema Blackout ein sehr, sehr großes Thema. Es wurde überall in den Medien diskutiert. Du selbst warst bei BILD TV. Auch Robert Jungnischke war da eingeladen. Ja, und man hat da ernsthaft diskutiert, was passiert, wenn die Kernkraftwerke abgeschaltet werden. Die sind dann ja verlängert worden bis April. Wie sieht es denn zurzeit aus mit der Gefahr eines Blackouts in diesem Winter? Nun, eine genaue Prognose gibt, ist natürlich nicht möglich, weil keiner das genau weiß. Aber man hat natürlich gewisse Indikatoren. Und einfach seit wir die AKWs abgeschaltet haben, sind mehrere Sachen passiert. Zum einen wurde Deutschland zum Stromimportland. Zum ersten Mal seit 20 Jahren importieren wir weit mehr Strom, als wir jetzt quasi exportieren. Bis jetzt waren wir in einem Stromexportland. Und was auch passiert ist, die Netzsicherheit hat massiv gelitten. Das erkennt man an den sogenannten Redispatch-Maßnahmen, diese Notfalleingriffe ins Stromnetz, die einfach wesentlich mehr geworden sind, um 52 Prozent mehr, als das zum Beispiel im letzten Jahr der Fall war. Gehen wir mal darauf ein, was denn überhaupt passiert bei einem Blackout. Aber vielleicht zunächst, kannst du auch mal die Unterschiede nennen zwischen Stromausfall, dann gibt es den Brownout und einen Blackout. Wo liegen da die Unterschiede? Ja, also Stromausfall haben wir in Deutschland rund 170.000. Davon sind rund 100.000 geplante Abschaltungen, wo man irgendwas reparieren muss, auswechseln muss. Und 70.000 ungeplante Stromausfälle haben wir genauso. Die sind aber meistens regional, kurzfristig, mal für ein, zwei, drei Stunden, vielleicht auch kürzer. Also der ganz normale Stromausfall hat jeder von uns schon mal mitgemacht. Dann gibt es die großflächigen Stromausfälle, wie es jetzt zum Beispiel Berlin-Köpernick der Fall war, wo 60.000 Menschen drei Tage lang keinen Strom hatten. Das nennt sich dann sogenannter Brownout-Neudeutsch, wie man es jetzt nennt. Und ein echter Blackout. Es gibt verschiedene Definitionen. Ich nutze die vom Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe. Die sagen, es betrifft zum Beispiel mehrere Bundesländer, also viele Millionen Menschen mindestens. Und er dauert in der Regel mindestens drei Tage. Dann sprechen wir von einem waschechten Blackout. Kannst du mal kurz umreißen, wenn es zu einem Blackout kommt, also zu einem längerfristigen Stromausfall, was dann passiert? Gut, dann gehen wir schnell mal. Also ich teile das in vier verschiedene Phasen auf. Phase 1 ist quasi, die kennt jeder, das ist der normale Stromausfall. Das Licht fällt natürlich aus. Es fallen die Ampeln aus, was natürlich auch in manchen Städten zum Verkehrschaos führen kann. Es fallen sämtliche Haushaltsgeräte aus. Vom Kühlschrank angefangen bis natürlich die Kaffeemaschine, das wichtigste Gerät bei mir im Haushalt. Hat auch, war der Erste, der bei mir Notstromversorgung bekommen hat, meine Kaffeemaschine. Dann haben wir natürlich auch das Problem mit Kommunikation, Internet, Telefon. Telefon, Internet fallen sofort aus, also Festnetz, weil wir ja mittlerweile alle diese Fritzboxen etc. haben. Und die brauchen halt einfach 230 Volt und die haben wir dann ja nicht mehr. Also gibt es auch kein Internet mehr. Handy ist es dann auch so, dass die in der Regel nach 20, 25 Minuten ausfallen, weil die meisten Masten eben nur kurzfristig Notstrom gepuffert sind. Manche gar nicht, manche in Großstädte auch etwas länger. Das heißt, ich habe dann keine Möglichkeit mehr, irgendwelche Informationen zu bekommen, irgendjemand anzurufen, irgendwie zu fragen, du bekommst du heim oder sowas in die Richtung. Das sollte ich mit dem Handy in die ersten paar Minuten erledigen. Ansonsten habe ich da einfach keine Möglichkeit mehr. Und genauso haben wir natürlich auch das Problem, dass ich dann keine Notrufe mehr absetzen kann, wenn zum Beispiel, weil die Ampel ausgefahren ist, es dort zu einem Unfall kommt. Da muss ich halt selber schauen, wie ich die Verletzten retten kann, helfen kann und vielleicht irgendjemanden sende zum nächsten Krankenhaus, der dann einen Sanker direkt holt, weil, wie gesagt, Notruf ohne Telefon, ohne Internet, ohne Handy geht natürlich nicht. Es geht natürlich Internet, Social Media, all die Sachen gehen nicht. Trifft jetzt uns Ältere wahrscheinlich weniger, aber die Jugendlichen werden dann ein großes Problem haben. Meines Erachtens kein TikTok, kein Insta, kein nix. Wir haben dafür das Problem, dass wir ja nicht mehr einkaufen gehen können, denn die Supermärkte sind in dem Moment, wo der Stromausfall, werden die auch geschlossen, weil die Kassen brauchen Strom und Internet, beides ist nicht da. Da drin ist es in der Regel stockfinster ohne Licht. Die elektrischen Türen gehen nicht auf, die Kühlanlagen funktionieren natürlich nicht mehr. Das heißt, du wirst eigentlich dann mehr oder weniger, musst dein Wägelchen stehen lassen und musst dann aus dem Supermarkt raus und die sperren dann einfach zu. Du könntest eh nicht mehr mit EC-Karte Mastercard zahlen, was ja immer beliebter wird, weil auch dafür brauche ich natürlich Strom und Internet. Und was bekannt ist bei vielen ist natürlich, dass zum Beispiel die Tankstellen nicht mehr funktionieren, weil auch da brauche ich Pumpen, ich brauche für die Kasse Strom und Internet, sonst funktionieren die nicht. Das heißt, ich sitze dann vielleicht in meinem Auto, möchte zum Tanken fahren, aber in dem Moment gibt es halt dann keinen Sprit mehr. Und ganz blöd wäre es für die, die in einem älteren Aufzug sitzen, auch in manche neuere, die einfach nicht Notstrom versorgt haben. Ein guter Aufzug würde dann quasi ins nächste Stockwerk fahren, die Türen öffnen und da kannst du rausgehen. Aber bei den alten ist es dann halt oft so, dass die einfach zwischendrin stehen bleiben. Nach 42 Minuten geht das Lichtchen, das Notlicht da drinnen aus und dann viel Spaß. Jetzt sind ja manche Leute der Meinung, Supermarkt, ja, da könnte man dann ja bar bezahlen. Wie soll das funktionieren? Gestaltet sich auch schwierig, ne? Ja klar, weil die Verkäuferin hat ja heute keine Preise mehr im Kopf. Wie soll sie das dann abrechnen? Das stimmt ja das ganze System alles nicht mehr, die müssten ja alles dann nachher wieder neu machen. Also mir hat eine Filialeiterin von Penny ganz glücklich gesagt, bei Stromausfall werden alle Kunden rausgeworfen, weil sie nicht das Personal hat, hinter die Kunden mit der Taschenlampe herzurechnen, den Einkauf zu machen und dann das Ganze noch abzurechnen. Das heißt, sie sagt, nein, da wäre definitiv, es gibt da nichts mehr. Vielleicht noch bei den ganz kleinen Tante-Emma-Läden, die kennen das vielleicht noch, aber die sterben ja mittlerweile immer mehr aus und es gibt ja kaum noch welche, wo man dann bezahlen könnte. Und wer halt dann natürlich auch kein Bargeld dabei hat, ja, da geht dann natürlich sowieso nichts mehr. Ja, gehen wir mal weiter, oder? Zu Phase 2. Genau, Phase 2 ist je nach Gebiet unterschiedlich, bei manchen nach 12 Stunden, bei manchen nach 24 Stunden. Da wird es dann langsam etwas haariger, weil natürlich viele, die dann nicht mehr tanken konnten, versuchen ja zur nächsten Tankstelle zu fahren. Irgendwann geht der Sprit aus und die bleiben dann irgendwo auf der Straße liegen und verstopfen dann natürlich zum Beispiel in der Stadt oder auf der Autobahn die Straßen. Wenn da überall Autos liegen, dann ist halt irgendwann einfach mal vorbei. Ein großes Problem ist, dass auch die Wasserversorgung ohne Strom nicht mehr funktioniert. Wenn ein Anbieter kein Notstromaggregat hat, was leider die wenigsten haben, es werden jetzt immer mehr, aber viele haben eben keins. Und das heißt, da ist ein großer Wasserbehälter, da ist Wasser drin. Wenn der dann leer ist nach 12 bis 24 Stunden oder bei uns ja ins 48 Stunden, dann gibt es einfach kein Wasser mehr. Das ist natürlich schlecht für alle, die diese Sprudler haben, weil was trinken die dann ab diesem Zeitpunkt? Und was alle betrifft, ist halt das Problem, an das die wenigsten denken, das ist einfach die Wundertaste an der Toilette funktioniert nicht mehr, die Glosspülung geht nicht mehr. Und da stellt man sich natürlich die Frage, wohin mit dem Zeug? Auch darüber sollte man dann mal nachdenken, wenn man kein Wasser hat, wenn die Spülung nicht mehr funktioniert, wie das funktionieren soll. Es wird natürlich kalt in die Wohnungen im Winter, logischerweise, weil auch die Heizung, egal ob Öl, Gas, sonstiges nicht mehr funktioniert. Und genauso funktioniert auch Kühlschrank und Gefriertruhe nicht mehr. Und die Sachen tauen dann natürlich auf, sollte ich dann kochen. Aber Ofen habe ich ja keinen, weil die Haushaltsgeräte funktionieren ja auch nicht. Schlimm wird es definitiv in die Pflegeheime. Die haben kein Wasser mehr. Du weißt nicht, ob es die Pflegekraft überhaupt noch geschafft hat, weil die hat vielleicht auch gerade nicht getankt gehabt und hinten hätte zum Tanken müssen. Oder die ist mit dem Zug gekommen oder mit dem Bus. Alles fährt nicht mehr. Wie soll die noch in der Arbeit kommen? Dann haben sie da drin kein Klo mehr. Die haben kein Wasser mehr. Also ich kann jedem noch empfehlen, wer Angehörige in einem Pflegeheim hat und der Stromausfall dauert länger, holst die zu euch heim. Denn da werden einige, wenn das länger dauert, dann war es das wahrscheinlich für die. Wir haben auch das Problem, dass dann in die Krankenhäuser, die ja Notstrom versorgt sind, aber manche halt nur für vier Stunden, manche auch bis zu 30 Stunden oder länger. Aber die meisten werden dann irgendwie den Betrieb ausstellen ohne Strom, wenn die Notstromaggregate leer haben. Ja, und wohin damit die Patienten? Keine OPs mehr. Stefan, da gibt es auch den Unterschied zwischen Notstrom und Ersatzstrom. Die haben nur Notstrom. Das heißt, das ganze Krankenhaus kann doch sowieso nicht mehr bewirtschaftet werden. Nur die OPs zum Beispiel, ne? Ja, also die meisten haben irgendwo zwischen 40 und 60 Prozent ihres Betriebskennens aufrechterhalten. Zum Beispiel sowas wie MRT, CT funktioniert da nicht mehr. Es gehen meistens nur die OPs. Aber es ist zum Beispiel auch kein Licht mehr in die Gänge, bis auf das Notlicht. Oder vielleicht ist schon mal jemand aufgefallen, dass es rote, grüne und weiße Steckdosen im Krankenhaus gibt. Die roten haben weiter versorgt mit Batterieunterstützung. Die grünen haben einmal eine Minute keinen Strom, dann haben die wieder Strom und die weißen werden alle abgeschaltet. Also auch die Krankenhäuser gehen sofort bei Stromausfall in einen Notbetrieb und die werden jeden rauswerfen, der irgendwie gehfähig ist. Auch ein Punkt, wo man drüber nachdenken sollte, wenn man Angehörige im Krankenhaus hat, die dann abzuholen, weil die können euch ja kein WhatsApp schicken oder anrufen und sagen, ich werde es zu holen. Und die stehen halt dann vor dem Krankenhaus. Und das nächste Problem ist natürlich die ganzen großen Nutztierbetriebe, weil versuchen wir eine Kuh mit der Hand zu melden. Das ist halt quasi nicht mehr möglich. Dir fehlt auch das Personal dafür. Die Euter werden sich dann irgendwann entzünden. Im schlimmsten Fall muss man dann so eine Kuh notschlachten. Also das heißt, die Phase 2 ist schon ganz schön heftig. Mit ein bisschen Vorbereitung wäre es kein Problem. Aber wir haben halt leider das Problem, dass viele nicht vorbereitet sind. Und schlimm wird es, wenn wir es wirklich in die Chaosphase schaffen, in die Phase 3, wie ich die nehme. Je nach Gebiet zwischen 3 Tage, 4 Tage auf dem Land, vielleicht sogar 5 Tage. Und was Leute da bereit sind zu tun, kann ich euch an einem Beispiel in Venezuela zeigen. Venezuela hatte 6 Tage Blackout und das ist der Stadtfluss, der Hauptstadt in Venezuela. Wie hast du gesagt? Karakas, glaube ich, heißt es. Die Hauptstadt heißt Karakas, richtig. Karakas, genau. Und man sieht jetzt diesen Fluss, da schwimmen Sachen drin. Der hat jetzt nicht unbedingt die appetitlichste Farbe. Und jeder von uns würde jetzt sicher sagen, ich trinke da nicht raus. Und ich widerspreche dem und sage, ihr werdet es da raus trinken. Denn genau das haben die Leute vor Ort gemacht, weil die einfach keine andere Möglichkeit hatten, an Wasser zu kommen. Und bevor du verdurst, trinkst du dann sowas. Wenn du dann natürlich nicht einmal einen Wasserfilter oder irgendwas besitzt, der vielleicht einen Teil der Giftstoffe wieder raushält, dann kriegst du natürlich ganz schnell Durchfall etc. Und das hat zu einigen Todesfällen in Venezuela auch geführt. Also nur, dass man mal sieht, was die Leute bereit sind, in der Chaosphase zu tun. Die Supermärkte sind in dem Moment leer. Entweder sie sind verteilt worden von den Behörden etc. oder sie sind verteilt worden. Auf alle Fälle sind die in diesem Moment definitiv leer und es gibt nichts mehr zu kaufen. Du meinst, sie werden geplündert? Genau, sie werden halt logischerweise dann geplündert oder vom Banden, je nach Gebiet. Gibt es vielleicht auch welche, die sagen, ich verteile die für gutes Geld, für Gold am Band, oder gibt es halt dann eine Scheibe Brot oder sowas in die Richtung. Der nächste Punkt ist zum Beispiel auch eben diese Plünderungen, Einbrüche. Es gibt keine Alarmanlagen mehr, ich kann keine Polizei nicht rufen. Selbst wenn ich die Polizei rufen könnte, der BOS-Funk, wo also die Einsatzkräfte miteinander funken, der ist ja auch in den meisten Gebieten für vier Stunden, in manchen für 72 Stunden Notstrom versorgt. Das heißt, die haben ja vielleicht auch keine Kommunikation mehr untereinander. Also wie soll ich da Hilfe rufen? Ist natürlich ein Eldorado. Und dass dem so ist, in Deutschland hat uns das Ahrtal gezeigt, am ersten Tag, nachdem das Ganze passiert ist, gab es bereits Plünderungen. Hätte ich nicht für Möglichkeiten, ist aber leider so. Wie sieht denn die Spritversorgung bei der Polizei aus? Haben die extra irgendwelche Tanks rumstehen? Also die Polizei bereitet sich so allmählich darauf vor. In Nordrhein-Westfalen hat die Polizei zum Beispiel Kekse gekauft. Das waren natürlich keine normalen Kekse, wie wir das kennen, sondern das war halt einfach Notfallnahrung. Und die bereiten sich so langsam darauf vor. Aber die meisten, sage ich mal, haben eigentlich keinen Spritvorrat in irgendeiner großen Art und Weise und könnten dann vielleicht auch gar nicht mehr fahren, weil es die Autos gar nicht mehr bewegen können. Also ich finde gerade im Moment ein Umdenken statt und immer mehr Polizeidienststellen werden umgerüstet. Aber die wenigsten sind derzeit Blackout sicher. So einfach, so gnadenlos einfach muss man das sagen. Das heißt, auf die können wir uns dann auch nicht unbedingt verlassen. Ja und vor allen Dingen, es ist ja so, die Polizei ist ja von der Personenstärke her auf normale Zeiten ausgerichtet. Wenn es jetzt an jeder Ecke einen Überfall gibt, an jeder Ecke wird ein Supermarkt geplündert. Was wollen die machen? Also das, was meines Erachtens macht wird, ist, dass die kritische Infrastruktur wie Supermärkte oder andere Sachen vielleicht noch von der Polizei beschützt werden. Recht viel mehr werden die wahrscheinlich nicht mehr machen können, weil wir einfach, wir haben nur 250.000 Polizisten und davor sind ja noch viele im Innendienst. Ja, wie soll denn das funktionieren? Wir haben ja jetzt zum Beispiel hier in einem Riesengebiet, haben wir einen Streifenwagen nachts und einer sitzt in der Polizeidienststelle. Woher soll es denn kommen? Wir haben einfach zu wenige. Da wirst du natürlich dann auch irgendwann das Problem kriegen mit der hungernden Bevölkerung oder hast du selber Hunger, Durst und dann kommt halt vielleicht der Nachbar und fragt freundlich nach Vorräten. Du, ich habe nichts mehr, kannst mir was geben, wie auch immer. Und dann sagst du vielleicht noch, nein, ich habe auch nicht viel, ich brauche das für mich selber. Am ersten Tag werde ich das vielleicht noch akzeptieren. Aber wenn ich einfach Familienvater bin und meine kleinen Kinder verdursten nach 24 Stunden und ich weiß das, dann und der Nachbar gibt mir nichts, dann werde ich wahrscheinlich am nächsten Tag vielleicht mit der Axt vor der Tür stehen und die Sachen einfordern. Und das ist im Übrigen die allergrößte Gefahr beim Blackout, das sind die Unvorbereiteten. Die Zombies, wie ich es gerne nenne. Die quasi dann versuchen, irgendwo was aufzutreiben mit allen Mitteln, weil es geht ja um die eigene Familie. Und sei es mir nicht besser, aber als Familienvater oder Mutter wäre es halt dann einmal zur Furie. Deswegen werden es Aufstände etc. geben. Im Pflegeheimen haben wir natürlich dann das große Problem, da ist wahrscheinlich kein Personal mehr da. Was mit den Pflegenden passiert, überlasse ich jedem seiner Fantasie. Genauso das Problem mit den Leuten, die Dialyse, die Sauerstoffgeräte brauchen, die auf medizinische Geräte angewiesen sind und selbst da nicht vorgesagt haben in diese Richtung. Das waren auch die Ersten, die in Venezuela mitgestorben haben, die Dialyse-Patienten, weil wir keine Notstromversorgten-Dialyse-Zentren haben in Deutschland. Krankenhäuser fallen in dem Moment komplett aus, weil einfach die Notstromaggregate da nicht mehr funktionieren, weil Personal, du weißt ja nicht, ob die Krankenschwester, der Arzt, ob die noch in Dienst kämen können, weil der Tank vielleicht, wer ist der Zug nicht fährt, der Bus nicht fährt. Also wer soll das Ganze dann noch rocken? Genauso wie Notrufen natürlich nicht geht. In Texas hat man 2021 einen Blackout für sechs Tage. Da war quasi eine geplante Abschaltung sogar, weil einfach die Erzeuger ausgefallen haben, weil es so kalt war. Da sind 800 Menschen erfroren. Oder natürlich Leute, die einfach verdursten, weil sie kein Wasser mehr haben, nichts mehr zu trinken. Auf dem Land finde ich vielleicht nur irgendwann Bach, aber in einer Großstadt wie Berlin, wo will ich da Wasser herbringen? Also wir sollten tunlichst vermeiden, irgendwann in diese Chaosphase abzudriften, in diese Phase 3, wie ich sie nenne, weil das ist dann das Schlimmste, was Deutschland seit dem Zweiten Weltkrieg passiert ist. Wie bewertest du das hinsichtlich der Menschen, die nach Deutschland gekommen sind, also sprich die sogenannten Ankommenden, wie es jetzt so schön heißt? Die haben natürlich einen Vorteil gegen uns, die haben solche Szenarien gewohnt. Und die wissen, wie sie sich dann Sachen besorgen, um es mal nett auszudrücken. Wie bewertest du denn die Politik der Grünen? Also das Heizungsgesetz, dann diese Förderung der E-Autos. Ich habe übrigens selber eins, kann ich mal kurz vor berichten. Gott sei Dank am 4. Dezember kann ich es wieder abgeben und dann kriege ich wieder einen Benziner. Ich hatte es für zwei Jahre. Grund war einfach, ich habe ein super günstiges Angebot bekommen für das Auto. Und deswegen konnte ich da eigentlich Nein sagen. Und ich wollte es auch mal ausprobieren, wie es ist mit dem E-Auto. So, ich kann dir von meiner letzten Fahrt berichten. War eine längere Strecke, 300 Kilometer. So, ich bin losgefahren mit 45 Prozent Ladung, weil ich hatte gedacht eigentlich, dass der voll ist. Ich hatte zwei, drei Tage, bin ich nicht gefahren und war dann auch überrascht, dass er so auf 45 Prozent stand. Naja, egal. Mittlerweile ist es ja kein Problem mehr, Ladesäulen zu finden. Allerdings, bei der Tour war es so, erste Ladesäule bin ich rausgefahren, Raststätte. Ja, da war rotes Flatterband rum. Ging nicht, kaputt. Dann, ja, dann wurde es immer knapper. Dann war ich schon so bei 20 Prozent. Dann sollte man wirklich schon mal gucken, gerade wenn man auf der Autobahn unterwegs ist, dass man zu einer Ladesäule kommt. Habe die nächste angesteuert. Das sah alles eigentlich normal aus. Habe es reingesteckt und ging nichts. Und dann kam zu dem Zeitpunkt gerade ein Audi-E-Tron-Fahrer, der auch an der anderen Raststätte, da sind wir kurz ausgestiegen und hatten uns kurz unterhalten. Und der kam dann auch angerauscht an die zweite und beide Ladepunkte der Säule gingen nicht. Ja, und dann bin ich dann an die nächste gefahren. Da ging es dann. Das war allerdings auch nur eine 50-KW-Ladesäule. Das heißt, ich musste richtig lange warten, weil es kommt halt nicht so viel da raus. Ja, und das sind alles so Sachen, wo ich sage, für mich persönlich, E-Auto, nein. Wenn jemand nur in der Stadt unterwegs ist und zu Hause laden kann und so weiter, alles gut. Aber davon ab, wie bewertest du diese Politik, dieses Pushen der E-Autos und die Wärmepumpen, die jetzt überall eingebaut werden sollen, nach und nach, und das gleichzeitige Abschalten der Kernkraftwerke? Also alles auf Strom umzustellen und gleichzeitig die sicheren Versorger, die halt konstant Strom liefern können, abzuschalten? Also die Kurzform ist, es ist einfach Wahnsinn. Man muss sich ja nur mal überlegen, wir machen das ja scheinbar offiziell wegen dem CO2, wo ja die Grünen so draufstehen. Jetzt haben wir die AKWs abgeschaltet und wenn wir die AKWs durch Kohlestrom ersetzen, was ja die Wahrscheinlichkeit sehr hoch ist, dann habe ich 6% zusätzlichen CO2-Ausstoß. 6%. Das Heizungsgesetz in der allerersten scharfen Variante, die Habeck rausgebracht hat, die noch von Greichen war, reden wir von einer Ersparnis im Jahr 2030 von 1,6% CO2. Das heißt, diesen ganzen Wahnsinn betreiben wir für 1,6%, jetzt sogar, ja weniger, wie der gesagt hat, die Hälfte bis drei Viertel, also irgendwo 1% sparen wir ein und durch die AKW haben wir 6% dazugebracht. Also mir braucht keiner erzählen, dass es irgendwie ums CO2 geht. Also ganz ehrlich, weil dann hätte die AKWs nicht abgeschaltet. Das zweite Problem ist natürlich die Netzsicherheit. Wir hatten ja, da könnte man eine Folie hernehmen, warte mal schnell. Ich zeige hier zum Beispiel meine Vorträge zum Thema Energiesicherheit, immer gern diese Folie. Das ist aus smart.de, das ist von der Bundesnetzagentur. Da kann jeder selber reinschauen, smart.de, smart mit D geschrieben. Da kann man sich quasi reinschauen, wie sich gerade unser Strom-Mix zusammensetzt. Und man sieht einfach, wir hatten den 13. Dezember 2022 um 11 Uhr und da war Folgendes passiert. Wir haben alles an Kohle am Netz gehabt, was wir zur Verfügung haben. Insgesamt über 31 Gigawatt. Das heißt selbst aus den 60er Jahren, die Kohlekraftwerke sind wieder angefahren worden, die umweltsündlich sind ohne Ende, die sind wieder angefahren worden. Und trotzdem haben wir dazu noch 19,6 Gigawatt an Erdgas gebraucht im Schnitt in dieser Stunde. Diesen Wert hat es noch nie gegeben. 2015 waren es zwischen 1 und 4 Gigawatt. Und jetzt hat man 19,6. Und da hat man aber noch, das sieht man hier leider nicht, die 4 Gigawatt AKW-Strom. Das heißt, allein wenn die gleiche Situation diesen Dezember auch wieder auftritt, dann bräuchten wir über 23,5 Gigawatt an Gaskraftwerke. Und das ist so ziemlich alles, was uns zur Verfügung steht. Wir haben zwar 31 Gigawatt, aber die sind ja nicht immer zur Verfügung. Also es ist für mich der absolute Wahnsinn, wie man in einer Zeit der Energieprobleme Kraftwerke abschalten kann, die rund um die Uhr 95, 93 Prozent des Jahres haben die Strom geliefert. Sicher, zuverlässig, sauber und billig. Und die schalten wir ab. Das kannst du keinem Normalsterblichen mehr erklären. Du hast gerade davon gesprochen, dass man nicht immer diese, ich glaube, was war das, 31 Megawatt zur Verfügung hätte bei Gaskraftwerken. Warum ist das so? Manche sind in Wartung, manche sind sonstige Dinge. Also ich schaue mir da immer gerne, die Österreicher, deren das ausweisen, da sind es im Schnitt zu 74 bis 75 Prozent der Gaskraftwerke immer zur Verfügung und die anderen eben nicht. Wie gesagt, Revisionen, Reparaturen, Personal nicht verfügbar und und und, was es das alles gibt. Oder mal kein Gas nicht da oder wie auch immer. Also es sind schon einige Sachen. Und wie gesagt, das war der letzte Dezember und da hat man das neun Tage lang durchgängig gehabt, meine Dunkelflaute. Wenn wir das jetzt ohne 4 Gigawatt AKW dann durchstehen, es wird eine verdammt enge Nummer. Also es wird spannend, diesen Winter, ne? Es wird mehr als spannend. Also noch spannender werden die nächsten Winter dann werden. Oder wo es natürlich auch das große Problem ist, wenn uns das Gas ausgeht. Und wir sind ja, gasmäßig hat sich ja zum letzten Jahr eigentlich nicht viel verändert. Wir haben jetzt ein bisschen was an LNG-Gas. Das ist vorteilhaft. Aber dafür fällt Groningen weg, das größte Gasfeld Europas. Die haben es zum 1.10. dicht gemacht. Wie sich das jetzt auswirkt, das weiß auch noch keiner. Und jetzt haben wir ja wieder die Pipeline, die von außen beschädigt wurde, zwischen Finnland und Estland, glaube ich, war das. Das heißt, das weiß noch keiner, wie sich das auswirkt. Aber es gibt eine wunderschöne Folie. Welche Rolle, während du die Folie aufmachst, welche Rolle spielen denn eigentlich die Gasspeicher? Da hieß es ja auch immer, ja, wenn die voll sind, dann ist alles super und alles sicher. Ist das so? Genau, das wollte ich jetzt gerade erklären. Gut, dass du fragst. Ich nehme das immer an einem schönen Beispiel. Ich muss jetzt am Wochenende, fahre ich 600 Kilometer für einen Vortrag. Jetzt nehmen wir mal an, ich habe nur für 400 Kilometer Sprit im Tank. Dann kommen ja nur 400 Kilometer. Aber es ist ja kein Problem, weil meine Reservekern ist, das ist zu 100 Prozent voll. So, das ist so, wie die deutschen Medien denken, die einfach sagen, alles wunderbar, derzeit haben wir ja fast 97 Prozent in die Speicher drin. Aber was ist das Erste, was ich mich fragen muss, wenn ich sage, ich muss eigentlich nur 200 Kilometer fahren und ich habe jetzt aber vielleicht nur einen 5-Liter-Kanister? Das reicht ja hinten und vorne nicht. Das heißt, mich interessieren diese 100 Prozent überhaupt nicht. Aber wenn man drei Spalten weiter rechts schaut, hier diese 27 Prozent, das ist das, was uns interessieren sollte. Das ist nämlich, was diese Speicher ausmachen von unserem Jahresbedarf. Wenn ich jetzt aber weiß, vom November bis April brauche ich 70 bis 75 Prozent unseres Jahresbedarfs und knapp über 25 Prozent habe ich, dann ist halt die Frage, wie kriege ich die anderen 50 Prozent noch her? Und da gibt es eine wunderbare Folie von Ines, das sind die Netzspeicher, also das sind die Gasspeicherbetreiber. Und die haben quasi das jetzt mal vor kurzem rausgebracht und wenn man, und die sagen ganz klipp und klar, es hängt zu 100 Prozent vom Wetter ab. Also man sieht jetzt, dieses hellgrüne kann man leider schlecht erkennen. Wenn es so ein Winter wäre, so warmer wie der letzte Jahr, dann haben wir kein Problem, dann wären wir irgendwo bei 45 Prozent im schlimmsten Fall sein. Alles easy. Wird es ein normaler Winter, dann ist es diese grüne Linie. Dann sieht man hier, dann haben wir im April irgendwo noch bei 5, 6 Prozent. Unter 20 Prozent kommen wir in die Gasmangellage. Das heißt, unter 20 Prozent wird schon Industrie oder uns Gas abgestellt. Wenn aber jetzt auch die Gaskraftwerke, die Strom erzeugen, davon betroffen sind, dann muss ich, und das reicht nicht, dann muss ich halt einfach, keine Ahnung, mal in Stadt wie München den Strom abdrehen. Wäre dann eh super, weil dann gehen die ganzen Gasthermen nicht und dadurch würde ich Gas natürlich nochmal zusätzlich sparen. Und genau die Gefahr haben wir. Und diese blaue Linie ist, wenn wir wieder so einen kalten Winter haben wie 2010, dann haben wir ab Ende Januar ein dickes, fettes Problem. Hat auch, glaube ich, gerade jetzt Klaus Müller von der Bundesnetzagentur, hat das, ja jetzt gerade diese Woche wieder gesagt, dass wir nicht über dem Berg sind, sondern dass wir weiterhin sparen müssen. Und genau so ist es. Also, es hat sich nicht viel geändert zum letzten Jahr, meines Erachtens. So viel LNG kommt nicht rein, wie uns versprochen wurde, bis jetzt. Vielleicht ändert sich das im Winter, aber ich glaube nicht dran. Ja, Stefan, du hast gerade, wo ich noch dich darauf ansprechen wollte, du hast gerade über CO2 gesprochen, dass es unmöglich sein kann, dass diese Energiewende der Grünen irgendwas damit zu tun hätte. Wie siehst du das? Du bist ja auch Techniker, ne? Energieanlagen-Elektroniker, ja. Energieanlagen-Elektroniker, okay. Ist CO2 für dich irgendwie ein Teufelszeug, was das Klima, sich das Klima verändern lässt? Also, wenn es für mich Teufelszeug wäre, dann müsste ich ab jetzt nichts mehr sagen, weil da kommt CO2 raus. Es ist halt einfach mal so. ich sage mal, CO2 ist halt einfach, was die Pflanzen brauchen. Was wir ausatmen machen, die Pflanzen machen daraus wieder Sauerstoff. Jetzt stellen wir uns einfach mal vor, es gäbe eine, die Pflanzen treffen uns in Paris und sagen, wir werden jetzt den Sauerstoffanteil weniger machen. Wären wir jetzt auch nicht so glücklich als Lebewesen. Also, wie gesagt, wir machen mit Sicherheit, dass wir unserer ganzen Welt was antun mit den ganzen Schadstoffen, die wir ausstoßen. Da brauchen wir nicht diskutieren, ob jetzt CO2 das Böse ist, zu viel zu dem Thema. Okay. Gut. Ja, du hast gerade erzählt, dass eine Pipeline, die von Finnland kommt, auch von außen manipuliert wurde. Wie kann man das verstehen? Gab es da auch einen Anschlag? Das ist die große Frage, aber es hat zusätzlich auch noch die Datenleitung, die in der Nähe liegt, auch getroffen. Also, die Regierung, das ist der Stand, was ich gestern hatten hatte, geht davon aus, dass das von außen von irgendjemand vollzogen wurde. Weil, was soll es denn sonst gewesen sein? Weil, wir wissen immer noch nicht, wer unsere Pipelines ruiniert hat, zumindest offiziell nicht. Und, ob wir das in Finnland dann rausfinden. Ich meine, das ist jetzt keine so große, nicht wie unsere. Insofern ist das jetzt nicht ganz so dramatisch. Aber allein, dass die beschädigt wurde, wer weiß, was das noch mit anderen Leitungen macht. Und dann haben wir noch ein größeres Problem. Stefan, wie sieht es denn bei den Preisen aus für Energie, gerade für Strom? Der Preis ist ja teilweise explodiert, jetzt ist er wieder zurückgekommen, man kriegt jetzt wieder Verträge, so um die 32 Cent. Ja, was erwartest du da? Also, langfristig muss er steigen. Und zwar auch aufgrund Wind und Solar. Und das ist jetzt quasi das Groteske dran. Weil eigentlich ist Wind und Solar relativ günstig. Mit, sage ich mal, 7 bis 10 Cent pro Kilowattstunde Erzeugerpreis. Ist eigentlich ein relativ günstiger, wird uns ja von die Grünen nicht mehr erklärt. Es ist so billig und deswegen wird es billiger. Was aber keiner sagt, das sind die Integrationskosten. Ich muss ja zum Beispiel, wenn der Strom vom Windrad im Norden zu uns nach Bayern kommen soll, dann muss ich eine riesen Leitung bauen. Der Netzentwicklungsplan, den die Übertragungsnetzbetreiber dieses Jahr rausgebracht haben, jetzt vor kurzem wieder neu, sagt Folgendes, bis 2037 müssen wir für 209 Milliarden Euro Höchstspannungsleitungen neue bauen. 209 Milliarden Euro, die dann natürlich auch irgendwo auf unserer Stromrechnung drauf sind. Das Verteilernetz vor Ort, also für uns daheim, muss ja jetzt für E-Autos zum Beispiel umgebaut werden, das muss stärker werden für die Photovoltaikanlagen, für Windräder. Da reden wir hier von bis 2032 rechnet man mit 42 Milliarden Euro. Dann kommen natürlich jährlich diese Redispatch-Maßnahmen dazu, diese Notfallnetzeingriffe. Die kosten ja auch Schweinekohle, wenn ich hier entweder zum Beispiel Windrad abschalten muss, weil ich zu viel Strom habe, dann kriegt der Windbetreiber trotzdem sein Geld weitergezahlt. Oder wenn ich zum Beispiel hier in Bayern ein Gaskraftwerk hochfahren muss, kurzfristig, die verlangen natürlich einen Haufen Kohle dafür. Und das hat uns letztes Jahr 4,2 Milliarden Euro gekostet. Und das ist ein Betrag, der jährlich kommt. Was gibt es da noch? Da brauchen wir natürlich Absicherungskraftwerke für den Fall, dass der Sonne mal nicht scheint, der Wind nicht weht. Wenn man gerade in Bayern 300 Megawatt Gaskraftwerke eröffnet, nur für den Notfall, nur gegen den Blackout, das hat 300 Millionen Euro gekostet. Davon brauchen wir aber nach meiner Berechnung über 100 Stück. Die Bundesnetzagentur gibt die mit 88 Stück an. Das sind ja auch nur 30 Milliarden Euro. Wenn ich diese Kosten mit dazurenne, vielleicht braucht man dann ja noch Speicher. Die habe ich noch gar nicht mit eingerechnet, bin ich draufgekommen, dass eigentlich unser Strompreis in den nächsten Jahren um 30 Cent steigen muss, nur für diese Integrationskosten. Also eigentlich kostet uns WinSolar momentan in der Erzeugung nicht 7 Cent, sondern wenn 37 Cent anstatt 7 Cent. Das ist da natürlich ein krasser Unterschied. Bei den Kernkraftwerken, die sind ja abgeschaltet worden, die letzten drei, wäre es einfach, die wieder anzufahren oder gibt es da auch Probleme? Da gab es doch mal diese Geschichte, dass da irgendwelche Säure durchgeleitet wird, sodass man die niemals wieder anschalten kann. Nein, das mit der Säure ist eigentlich ein ganz normaler Vorgang, den man einfach macht, zur Reinigung, deswegen ist nichts kaputt gegangen. So geisteskrank sind nicht mal die Grünen, dass die das kaputt machen würden, denn Atomkraftwerk, wir haben ja deswegen jetzt nicht selbst, nur weil die abgeschaltet haben, die müssen ja bis zu fünf Jahre lang müssen die weiterhin gekühlt werden. Fünf Jahre lang werden die vom Stromerzeuger zum Stromverbraucher. Die brauchen teilweise 70 Megawatt jetzt ständig, um quasi das zu kühlen, weil die Reaktion drinnen läuft ja noch weiter, die Hitze ist ja nach wie vor da, das ist ja wie Hunderttausende von Heizlüftern in einem kleinen Raum, das muss ja irgendwie kühlen, das Ganze. Es gab jetzt eine Studie aus den USA und demnach können wir die wieder reaktivieren. Ich habe auch mit welche gesprochen vom AKW, die sagen auch, es ist möglich, es kostet ein bisschen was, also man schätzt jetzt mal 100 bis 200 Millionen für die drei, also für jedes von die drei Kernkraftwerke, die jetzt am Netz sind, aber die könnte man wahrscheinlich binnen eines Jahres wieder ans Netz bringen, in diese 100 bis 200 Millionen sind bereits 50 Millionen für neue Brennstäbe mit drin. Landshut könnte man noch einige Monate sogar weiter betreiben, weil die Brennstäbe sind noch nicht verbraucht. Und diese Studie hat dann sogar gesagt, dass man nicht nur die drei reaktivieren könnten, sondern insgesamt acht unserer Kernkraftwerke könnte man reaktivieren, bei manchen musst du dann mehr investieren, also vielleicht eine Milliarde, aber selbst das ist ein relativ kleiner Preis gegenüber die vielen Milliarden, die wir dann sparen würden, wenn wir nicht das Höchstspannungsnetz ausbauen müssen, wie wir es jetzt ausbauen. Wenn wir dann die der Leitung sparen, die ja auch einen Haufen Geld kostet, also das würde sich definitiv rein wirtschaftlich auf alle Fälle rechnen und wird dadurch natürlich unseren Strompreis senken. Jetzt ist das große Problem der Kernkraftwerke laut den Grünen die Entlagerung der Brennstäbe. Und was ich mich schon immer gefragt habe ist folgendes, Uran gibt es ja auch in Deutschland, die DDR war der viertgrößte Uran Förderer auf der Welt. Wenn dieses Uran doch in der Erde liegt, ich weiß nicht wie tief es liegt, ich weiß es nicht, dann strahlt es doch auch. Also wo ist der Unterschied jetzt zu dem Uran, was aus den Kernkraftwerken kommt, wenn man das in die Erde wieder reinsetzen würde, zu dem natürlich vorkommenden Uran? Also es ist natürlich wesentlich stärker angereichert, aber ich will ganz ehrlich sagen, jeder, der mir erzählt, machen wir es mal andersrum, das Gefährliche ist ja die Strahlung daran. Strahlung ist aber eigentlich pure Energie. Also ich verstehe nicht, wie man auch nur den Gedanken verwenden kann, das irgendwo einzugraben. Diese Energie kann ich doch nutzen. Wir haben gerade selbst ein deutsch-kanadisches Unternehmen entwickelt, zum Beispiel den Dual Fluid, mit dem ich zumindest einen Teil von den Abfälle wieder verwenden kann und da drin stecken für 300 Jahre Strom für Deutschland. Ich grabe doch keine Energie ein, die ich da nutzen kann, die eigentlich nichts kostet, weil sie ist ja sowieso schon da, wie Habeck so schön sagen würde. Die ist ja schon da, das heißt, die kann ich dann zum Teil wieder mit verbrennen und mit verwerten und was da rauskommt, ist dann lange nicht mehr so gefährlich, die strahlt dann für 300 Jahre anstatt für Millionen Jahre, sage ich jetzt mal und dann ist das Thema Endlager wäre dadurch auch gelöst, wenn wir auf die Generation 4, 5 bei die AKW setzen würden, die jetzt gerade entwickelt werden, zum Beispiel dieses deutsch-kanadische Unternehmen baut jetzt in Ruanda einen Testreaktor, weil es natürlich in Deutschland keinen bauen dürfen. Es war ein deutsches Unternehmen, die sind nach Kanada abgewandert, weil es bei uns einfach keinerlei Unterstützung haben. Also wieder eine Technik, wo wir führend waren, die wir jetzt nach Kanada abgegeben haben. Und das wäre für mich eigentlich das Optimale, wenn man diesen Atommüll nicht vergräbt, weil der strahlt ewig, sondern wenn man den Atommüll dann weiter nutzt als Energie und dadurch sogar noch schwächer strahlt und eigentlich wesentlich besser, dann kann man ja den Rest vielleicht noch ein bisschen ein Aber das ist dann nichts Dramatisches mehr. Okay Stefan, kommen wir zu meiner letzten Frage. Was sind die wichtigsten Dinge, die jeder tun sollte, um sich auf ein Blackout Szenario vorzubereiten? Möglichst für kleines Geld, Stefan, möglichst für kleines Geld. Das ist immer das Problem. Aber es geht, es ist nicht so dramatisch. Also als erstes empfehle ich immer diese Broschüre vom Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe, der Katastrophenalarm. Die kann man downloaden kostenlos, da kann man auch fünf Stück kostenlos bestellen. Macht das, gibt das den Nachbarn, weil dann steht der vielleicht nicht bei euch vor der Tür mit der Axt und will eine Vorräte. Und dort drin ist eben eine Checkliste, wo genau drinsteht, an was man alles denken sollte. Und viele diese Dinge hat medizinische Sachen, wenn ich auf Sauerstoff angewiesen bin, wenn ich ein Dialyse habe, dann sollte ich natürlich hier eine Notstromversorgung haben, dass ich die auch weiter betreiben kann, weil wenn keiner mehr Sauerstoff Gerät funktioniert, wo soll man den Strom dafür herbringen? Das ist mal Punkt eins. Punkt zwei ist Kinder verdurscht nach 24 Stunden Erwachsene nach drei Tagen. Wenn du jetzt einen Sprudler daheim hast und vielleicht keine Flaschen mehr, was trinkst du dann? Hier würde ich definitiv einen Wasser Vorrat empfehlen. Ich gebe zum Beispiel in den Supermärkten diese 5-Liter- Kanister für 1-Euro irgendwas. Die kostet nicht viel. Die kann ich dann schön stapeln. Ich habe 30 Liter Wasser pro Person daheim. Dann ist schon mal das Gröbste überstanden. Ich kann natürlich auch Wasserfilter etc., aber da geht es dann schon wieder einige Schritte weiter. Was auch noch ein wichtiger Punkt ist, was leider immer unterschätzt wird, das ist Licht. Wir haben es gewohnt, bei uns leuchtet es, es kommt von draußen die Straßen Laterne rein, es ist innen immer hell, aber in dem Moment funktioniert ja nichts mehr. Es funktioniert ja kein Radio mehr, kein Fernsehen mehr, kein Internet, kein Handy, du bist von nichts mehr abgelenkt, vielleicht ist draußen der Verkehr dann auch schon zu mehr liegen gekommen und plötzlich ist es ruhig und da herrscht Geräusche, die du noch nie in deiner Wohnung gehört hast, weil du noch nie drauf geachtet hast und dann fängt natürlich die Psyche an zu rattern und dann raschelt es plötzlich draußen und in deiner Psyche geht es los, da stehen jetzt zehn Leute draußen, die mich überfallen wollen und da weiß es eigentlich nur die Nachbarskatze, die vielleicht ein Leckerli gern haben möchte und deswegen unterschätzt man Licht nicht, aber wenn es eine Taschenlampe ist, eine vernünftige, dass ich sagen kann, ich kann hier den Raum ausleuchten oder wenn da draußen jemand steht, dann kann hier zum Beispiel mal kurz schauen, also mit so einer 200 Meter weit schauen, ob da jemand ist oder nicht und damit bin ich natürlich wieder beruhigt. Also wenn ich nämlich dann am Fenster stehe mit meinem Kerzerl oder eben mit meinem Handylicht, solange das Handy noch Strom hat, ja, da komme ich halt nicht weit und dann weiß ich nicht, was ist da draußen und dann wäre gesagt, spielt die Psyche einem richtig streiche. Entschuldigung Stefan, was kostet so eine Olight-Taschenlampe, die du da gerade hattest, das ist ja recht kleine, ne? Das ist eine kleine, aber die Olight sind ziemlich teuer, weil das sind halt so Profi-Taschenlampe für Einsatzkräfte, ich glaube 90 Euro oder was das Ding kostet, gibt es auch günstigere, gibt auch teurere, je nachdem was man braucht, wie gesagt, lieber günstige, bevor man gar keine hat, ganz einfache Geschichte. Dann natürlich muss man auch darüber nachdenken, dass vielleicht die Heizung ausfällt, es kalt wird, vielleicht habe ich noch vom Campen irgendwo von früher einen Schlafsack, den man dann noch zusätzlich verwenden kann, oder die Rettungsdecke aus dem Erste-Hilfe-Kasten, den ich ja eh irgendwo habe, dass ich die zum Beispiel mit hernehme, oder dass ich mir eine Notfallheizung gibt, gibt es ja auch zum Beispiel sowas wie so ein kleiner Gaskocher mit Kartuschen, oder den ich dann auch an einer Gasflasche anstecken kann, damit es warm wird, weil irgendwann nach einigen Tagen im Winter wird es halt einfach saukalt in der Wohnung. Oder im Worst Case baut man ein Zelt in der Wohnung auf, den Raum möglichst klein halten. Also man sollte jetzt vielleicht keine Heringe in den Boden einschlagen, aber man kann sich da reinlegen, wir haben das mal getestet, wir haben uns zu zweit reingelegt und es war innerhalb von wenigen Minuten um 5 Grad wärmer. Das ist natürlich, 5 Grad kann der Unterschied sein zwischen Zittern und Nicht-Zittern oder zwischen Erfrieren und Nicht-Erfrieren. Dann natürlich ein Ofen, ich muss ja auch was essen, genau, Essen ist natürlich auch wichtig und daran denken, wenn ich natürlich jetzt die beliebten Spaghetti oder Ravioli in der Dose habe, die sich eigentlich gut eignen dafür, dass ich die irgendwie warm bekomme. Also so einen Gascampingkocher sollte man daheim haben, die kosten auch nicht viel Geld. Das sind lauter so Sachen, vieles hat man daheim und vieles kauft man einfach dazu und meine Empfehlung ist, bei jedem Einkauf zum Beispiel eine Flasche Wasser extra mitnehmen, also so 5 Liter oder eine Dose irgendwas zusätzlich mitnehmen. So braucht man nicht viel Geld, aber innerhalb kürzester Zeit baut man sich ein Lager auf, wenn da genug drin ist und ich kaufe wieder so eine Ravioli-Dose, dann nehme ich die aus dem Lager, isse die und stelle die anderen rein, sodass das immer rolliert und dadurch kostet mir das eigentlich kein Geld, weil ich es ja nutze. Ich habe sogar jetzt mal richtig Geld gespart, weil eine Dose, die zwei in meinem Lager drin waren, ich weiß gar nicht mehr, was es war. Auf alle Fälle habe ich dann festgestellt, da war noch mehr drin und da hat die Hälfte gekostet von heute. Also ich habe sogar Geld damit gespart letztendlich. Es gibt noch viel mehr, wie gesagt, schaut es in die Broschüre, wer das dann durch hat, es gibt eine fortgeschrittene Version bei mir auf der Homepage outdoor-kimga.info, weil ich sage zum Beispiel 10 Tage Vorrat, wie das BBK das vorschreibt, ist mir zu wenig, ich würde für drei Wochen empfehlen und da sind ja noch viele, viele andere Dinge drin, an die man einfach mal denken sollte, die man vielleicht schon daheim hat oder einfach so einfache Sachen mit der Familie ausmachen, wer kommt wie heim, wenn zum Beispiel der Schulbus nicht mehr fährt, weil der nicht mehr tanken konnte, wenn der Zug nicht mehr fährt. Das sind lauter so kleine Dinge, da sollte man sich einfach mal Gedanken machen, dass man weiß, wo treffe ich mich dann, wenn es ist oder soll ich dich dann abholen oder sowas in die Richtung. Ja, was vielleicht auch ganz wichtig ist, das habe ich tatsächlich gemacht vor drei, vier Monaten, ich habe meinen Erste-Hilfe-Kurs mal wieder aufgefrischt, bin persönlich dahin gegangen, das war wirklich interessant und jeder musste sich kurz vorstellen, waren so 20 Leute und dann wurde, sollte man auch sagen, warum man da ist und ich habe dann gesagt, die meisten haben halt gesagt, Führerschein, was auch immer, für einen Beruf, irgendwas und ich habe halt gesagt, ja, ich wollte ihn einfach nur auffrischen und dann guckte er mich der Leiter an und sagte, das hätte er ja noch nie gehört, sie sind jetzt freiwillig hier, ja, ich weiß das ja nicht mehr alles so genau und er sagte dann auch zum Schluss, dass es gut ist, wenn man das auffrischt und hat auch den Teilnehmern empfohlen, wirklich alle drei, vier, fünf Monate mal ins Internet zu gehen und sich das nochmal alles anzuschauen, weil das ist natürlich einfacher, ich hatte einfach mal Lust, einen Sonntag da zu verbringen und hat auch riesig Spaß gemacht, auch wieder viel gelernt dabei, haben sich auch Sachen verändert, ne, mit diesem, oh ja, mit dem Gerät, mir ist der Name entfallen, der Herz, das Herzgerät, wie heißt das? Herz, die Lungen, also die Herz-Lungen-Massage oder was meinst du? Oder den Defibrillator. Defibrillator, genau, das Wort hat mir gefehlt. War auf jeden Fall spannend, das könnte man dann auch ausprobieren und ja. Kann ich also jedem empfehlen, weil man muss sich Folgendes vorstellen, jeder kann mal zu einem Unfall hinkommen oder wenn man halt die Leitstellen, ich habe mit denen gesprochen, das sind 80% ihrer Anrufe, da geht es um nächste Verwandte oder Bekannte, das heißt neben mir sitzt vielleicht jemand, mein Kind, meine Frau etc. Und dann habe ich meinen letzten Erste-Hilfe-Kurs mit 18 gemacht und ich hätte zwar alles da und könnte meine Frau vielleicht retten oder meine Tochter, aber kann ich nicht, weil ich nicht mehr weiß, wie ein Druckverband richtig geht, wie eine stabile Seitenlage geht. Also ich würde mir den Rest meines Lebens dann Vorwürfe machen und deswegen ich mache zum Beispiel seit ich 15 bin, jedes Jahr einen Ersten-Hilfe-Kurs. Gut, ich muss, ich bin beim THW als ehrenamtlicher Helfer, ich war früher bei der Feuerwehr, aber trotzdem ich mache seit ich 15 bin, jedes Jahr einen Ersten-Hilfe-Kurs. Ich könnte ihn wahrscheinlich halten mittlerweile, spielt keine Rolle, nicht trotzdem, schaue hier und jedes Mal denke ich mir wieder, ach ja, genau, das solltest vielleicht noch mal üben. Also kann ich nur jedem empfehlen, macht seinen Ersten-Hilfe-Kurs, über den Arbeitgeber kostet es zum Beispiel nichts und ansonsten haben diese 45 Euro oder was echt gut investiert und die Hilfsorganisationen freuen sich, weil die machen mit dem Geld, was sie da einnehmen, helfen sie wieder irgendwo Menschen. Lieber Stefan, ich danke dir ganz, ganz herzlich für das Gespräch, für deine Zeit, für deine wertvollen Informationen, wünsche dir alles Gute. Genau, ich sage zum Schluss immer, wer es geschafft hat, sich vorzubereiten, ist halt vorbereitet, es zu schaffen, im Falle des Falles, deswegen sorgt es vor und ich sage vielen Dank und fährt euch. Ja, liebe Zuschauer, Ihnen auch ganz herzlichen Dank fürs Zuschauen, für Ihr Interesse, lassen Sie ein Like da, lassen Sie einen Kommentar da, berichten Sie von sich, haben Sie sich schon vorbereitet auf einen solchen Fall. Ja, ich wünsche Ihnen alles Gute, danke Ihnen und bis bald. Wir arbeiten mit der Methode des wertorientierten Investierens, des Value Investing und das heißt, dass wir Aktien als Unternehmensteile betrachten, als Stück, als Besitzurkunden von einem organischen Unternehmen, das in der Wirtschaft bestehen muss und eben nicht als Stück Papier. Und das bewährt sich langfristig, ist ein langfristiger Ansatz. Dieses Jahr stehen unsere Fonds mit circa 17% vorne und da gibt es verschiedene Lösungen. Den Max Otto Multiple, der hat neben Aktien auch Gold und Silber drin und ist in Lichtenstein, können Sie aber auch in Deutschland ab einer bestimmten Summe erwerben oder den PI Vermögensbildungsfonds, den gibt es schon ab ganz kleinen Einstiegssummen auch als Sparplan. Machen auch Sie sich Gedanken, wie es weitergeht mit der Vermögensanlage. Sachwert schlägt Geldwert, das ist mein Credo, aber die Immobilie ist natürlich auch durch verschiedene Sonderfaktoren belastet. Wenn Sie sich Gedanken machen, vereinbaren Sie ein unverbindliches Gespräch bei Herrn Philipp Schäferhoff. Er berät Sie gerne über unsere verschiedenen Optionen, sei es Fonds für Kleinanleger, sei es Fonds für größere Anleger, sei es individuelle Vermögensberatung, das ist alles da oder sogar Vermögensverwaltung. Rufen Sie Herrn Schäferhoff an, er freut sich auf Ihren Anruf. Ich bin Ihr Max Otte. Mein Name ist Philipp Schäferhoff. Ich bin seit 2013 im Unternehmen von Professor Dr. Max Otte als Vertriebsleiter tätig und Ihr Ansprechpartner für alle Fragen rund um das Thema Fonds. 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 Untertitelung des ZDF, 2020